Wie erstelle ich einen Triad auf Twitter? Einige Benutzer möchten möglicherweise einen sehr langen Text auf Twitter als Tweet posten und können dies aufgrund der Einschränkungen von Twitter nicht. Alle Social Networking-Plattformen haben Einschränkungen, die Benutzer daran hindern, lange Beiträge in Form von Text oder Video hochzuladen. Aber einige Benutzer möchten dies möglicherweise tun. Geben Sie dazu diese Anwendung auf Twitter ein. Klicken Sie unten auf der Seite auf die blaue Option. Geben Sie nun den Text ein, den Sie aus diesem Teil schreiben möchten. Ich möchte zum Beispiel diesen Text twittern. Wie Sie hier sehen können, gibt es 469 Zeichen, die Twitter nicht gepostet werden darf und die außerhalb des Geltungsbereichs von Twitter liegen. Wenn Sie ein neues Thema erstellen möchten, ohne den vorherigen Text zu unterbrechen oder einen anderen twittern möchten, da dieser Text rot ist, schneiden Sie ihn bis zum Ende. Klicken Sie dann unten auf der Seite auf diese Option. Wie Sie sehen, können Sie in der Fortsetzung des vorherigen Artikels wieder einen neuen Text hinzufügen. Fügen Sie den Text hier ein. Wenn ein solches Problem bei Ihnen erneut auftritt, wiederholen Sie dies erneut. Tun Sie dies, bis kein roter Text mehr übrig ist. Wie Sie auf diesem Bild sehen können. Klicken Sie dann auf die blaue Option oben auf dem Bildschirm und warten Sie, bis der Tweet-Vorgang abgeschlossen ist. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.